Du hast mir die Karre geklaut und dann auf die Party versaut. Ja, schön für dich, ne? Ne, da hat auch jemand geschrieben, du hast da in dem Mond Buggy Hangar irgendwie was vergessen. Da dachte ich mir so, ja, Captain, oh, wie ihr es, du hast recht. Das ist aber leider so bei einem Blind Let's Play. Deswegen möchte ich euch darum bitten, Rücksicht zu nehmen hier. Es wird hier nicht alles gezeigt. Es wird hier nicht gezeigt, wie man alle Sheriff-Sterne kriegt. Da gibt es bestimmt andere Let's Plays, die machen das. Aber mir geht es einfach darum, die Story zu zeigen, weil es ist, ja, ja, da könnte ich genauso gut ein Walkthrough zur Hand nehmen und dann so tun, als ob ich das ja alles selber rausgefunden hätte. Ist nicht so. Das machen die meisten so und das muss ich nicht haben. Dann lieber bei Spielen, wo man es auch wirklich selber rausfinden kann alles. Also zum Beispiel bei den Layton-Spielen, die 100% zu schaffen, dazu braucht man jetzt, also, da braucht man keinen Walkthrough zu verwenden. Da muss man nur seinen eigenen Kopf manchmal ein bisschen anstrengen. Und hier können wir was aufbauen. Natürlich, wir brauchen nämlich wieder mal Farbe. Wofür? Wofür? Wofür brauche ich diese Farbe nur? Ich werde echt nur für Mistarbeiten genutzt. Ich will mal einen richtig großen Edelstein haben. Ah, da kommt die Farbe hin. Nein, nicht an die Pflanze, sondern nur an diese Platte da. So, jetzt haue ich mal hier die Tür auf. Hauen kann ich gut. Oh, das hat es gebracht, oder was? So, dann klettern wir halt auch mal. Das muss man ja auch können als Feuerwehrmann. Ich wollte schon als Kind Feuerwehrmann werden, aber die haben gesagt, dass ich den Flauch lieber nicht in die Hand nehmen sollte. Wobei, ich glaube, die haben was anderes gemeint. Ähm, da ist wieder ein großer Break und ja. Ja, wenigstens können wir mit diesem Bruch was erreichen. Ha! Es gab doch wertvolle Beute. Be-be-Beute! Beute für wertvolle Bräute. Jo. Was haben wir hier? Paradies-Pool. Hm. Könnte ich bauen, muss ich nicht. Vielleicht brauche ich ja dann die Steinchen noch. Nehme ich den Paradies-Pool? Ach, ich baue ihn. Wahrscheinlich ist das auch gut so. Wow! Fällt nur noch das Wasser da drin. Oh, da ist Wasser! Ist da Wasser? Sieht man so schlecht? Nein, da ist kein Wasser. Aber das haben wir gleich. Yeah! So, jetzt, jetzt werde ich mal hier ordentlich einfüllen, ne? Och, guckt mal, wie schnell das ansteigt. Wie kann denn das sein? Was denn nun mit der Kugel da? Ah! Auf die Kugel kann ich jetzt rufen und dann, ja. Dann kann ich hier nämlich auch da rein. Und dadurch komme ich da hoch. Ja, dann war der Superbau also doch nützlich. Außer ich hätte mir einen Hubsrauber genommen. Gibt's nicht auch Helipads jetzt in dem Spiel? Wieha! Das durfte ich zu Hause nie. Oh, 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 nee, das war ich nicht. Ah, meine kleine Pflänzchen. Was haben wir denn hier? Äh, bestimmt nur ganz kleine Blumen und die bringen mir überhaupt nichts außer, ja, so ein paar Stats. Wow! Ich hab mal wieder einen Blumen-Top gegossen. Ist hier irgendwas drunter? Yoda, tatsächlich, ich globet ja nicht. Ich globet nicht. Döp, 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 döp. Teleporter gefunden. Bereit zum Atomisieren. Soll ich mal eine, äh, Kiste tragen für euch? Oh, wow, äh, das, das wollte ich nicht. Ah, Entschuldigung, dafür nehme ich jetzt die Kiste. Hm, die stelle ich jetzt doch mal da drauf. Ist das richtig so? Oh, oh, jetzt ist sie kaputt. Das war bestimmt falsch. Was hab ich denn hier jetzt? Oh, ein hindernes Parcours. Das ist ja cool. Oh, oh. Ah, sieht aus, als müssten wir hier mit der... Oh, 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 oh. Hm, hm, hm. Als müssten wir hier mal schnell was in die Luft sprengen und ich hoffe, wir haben, äh, wir schaffen das in der Zeit. Brum, brum. Oh, 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 nein, 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 noch nicht kaputt gehen, ne? Vorsichtig, du Ding. So, bumms. Das war's ja schon. So, hier kriegen wir wieder ein paar schöne Stats und, ja, wenn wir ein paar mehr Kostüme und Autos freischalten würden, dann könnten wir die sogar schön, äh, ausgeben. So, da ich ja jetzt zwei Spielstände habe, konnte ich mal das freie Spiel ein bisschen antesten. Und, ja, wenn man da ein paar Zusatzaufgaben löst, dann kann man natürlich auch Autos und Leute und so ein Kram freischalten. Ja, aber wir wollen noch nicht, äh, alles hier, äh, wir wollen noch nicht alles hier zeigen, beziehungsweise das Let's Play würde dann ja mehrere hundert Parts einnehmen können. Und das wäre ein bisschen zu viel, also ich denke mal, die Story wird schon ausreichen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ein Safe. Was ist da, wo wieder drin ist? Irgendwas Informatives? Was zu bauen? Ein Schlüssel. Schlüssel sind gut, aber wofür ist der? Ah, für ein Schlüsselloch. Oh, ich hätte schon gedacht, der Schlüssel ist vielleicht für eine Schraube. Der hätte ja ein Schraubenschlüssel sein können. Und offen. Ah, hier. Was ist denn mit dem Hühnchen? Du hast ein Hühnchen. Oh. Erstmal gehe ich hier rüber. Und nehme mir einen roten Stein. Oh, cool. Die bringen manchmal schöne... Was? Klingelton? Pups? Wie bitte? Ich will keinen Pups-Klingelton. Ist mir zum Mainstream. Äh. Was zur Hölle? Ah, okay. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Mhmm. Hoppa. So, und jetzt haben wir wieder die berühmte Mundkamera, mit der wir das Gespräch anhören können. Oh, das wollen wir doch nicht, dass der ersetzt wird. Erdnüssen? Tschüss, wie viel hast du gehört? Nichts, bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist ja auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen. Überspannt! So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Forrest Blackwell? Moe wird dich mit dem Löschboot einsammeln. Los jetzt! Okay, Winnie. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Rex hab. Das ist wirklich ein bescheuerter Wortwitz. Der könnte glatt aus meiner Feder stammen. Kühlschrankmagnat. Ha, 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 ha. Oh, herrlich. So, äh, so, jetzt schauen wir doch mal. Haben wir vielleicht doch irgendwo noch ein Taxi, das uns dahin bringt, wo wir hin sollen? Obwohl wir das, glaube ich, nicht mal brauchen, so großartig denn. Weit scheint unser Weg nicht zu sein. Ist das ein... Nein! Ich denke mal, da ist ein Taxi-Schild, aber jetzt ist das einfach nur die Frisur der jeweiligen Person, die da irgendwie rumsteht. So, ich könnte einen Superbau bauen, aber ich baue keinen Superbau. Apropos, äh, ja, äh, nee, äh, ja, äh, nee, äh. Nee, ja, ja, nee. Und, bumms, einmal, einmal ein Auto versenkt. Wisst ihr, wisst ihr, was mir hier eigentlich so richtig noch fehlt? So richtig krasses Drogenverbrechen in Lego City. Und zwar, ich sag euch mal warum, weil, äh, wäre doch ziemlich witzig, wenn man sieht, wie ein, wie ein, äh, äh, Typ sich aus Legosteinen einen Joint baut. Ja, um auf den, äh, Kühlschrankmagnaten mal aufzuschließen. Ah, Spezialauftrag. Einbruch auf die Schnelle. Ja, wenn's schnell geht, gerne. Das wär super. Aber was will ich da? Also, ich hab jetzt nur Forrest Blackwell verstanden und, ja. Äh, und, und dass er ein großer Fisch ist. Und nicht dieses Wal-Ding im Aquarium. Hey, Chase. Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt. So reich, wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach ja? Was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in der Höhle gelebt? Hm, so ähnlich. Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell-Nationalpark bauen. Aber dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchen-Art entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hat er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja. Er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. So, jetzt sind wir lieber still. Genau. Wir müssen ja leise sein, weil da sind ja Leute, die könnten uns sehen. Oder hören. Noch schlimmer. Ich warte hier und lasse den Motor laufen. Du gehst hoch, sagst das Zeug ein und kommst zurück. Okay. Sollte ja gehen. Schauen wir mal. Einmal aufgebaut und... Hooppa. Schöne akrobatische Einlage. Und natürlich haben wir jetzt wieder hier was zum Öffnen. Äh, wow. Wir dürfen diesen Schrank knacken und kriegen dafür also, wenn wir alle knacken, ein, äh, ja, wieder mal so ein Markenteil. Dazu sag ich jetzt nix. Das ist immer das Gleiche. Vielleicht sind Blackwells Sicherheitsleute im Urlaub. Schrank Nummer zwei. Ich mach das irgendwie mal frei nach Schnauze. Nö. Hat ja gut geklappt. Oh, uiuiuiuiui. Der trippelige Doppelfressentritt. Oh Gott, der ist böse. Puh, einmal Wasser. Da drüben ist ja sowieso schon welches... Einmal Wasser? Ne, einmal Wasser. Und damit stellen wir... Irgendwas ab. Ah, und dann können wir uns ja natürlich rüberhangeln. Schwapp. Kann ich mich auch hier ein bisschen hin und her hangeln? Nö. Anscheinend ja nicht... Hooppa. Äh, da. Da drin haben wir bestimmt auch wieder irgendein Rädchen, was wir drehen dürfen und dann... Ne, ein Schalterchen, was wir umlegen dürfen. Oh. Trotz zum Zusammenbauen. Yay. Ähm. Hm. Was da wohl rauskommt? Wenn es fast fertig ist, sage ich es euch. Eine Plattform. Eine Tele... Ne. Ein Ventilator. Äh. Ein Ventilifter, meine ich. Was mache ich nur jetzt? Ich bin runtergefallen. Oh. Da ist eine... Da ist eine Leiter. Aber da komme ich nicht ran. Dann... Hätte ich die mal runtergelassen. Ja, und ich mache hier ein... Ich... Das ist der... Das ist der... Äh, äh, äh... Frosch-Stil. Ne. Der... Der Kängurus-Swim-Stil. So. Noch einmal drüber. Äh. Nochmal. Äh. Uppah. Hm. Ah. Für den Fall des Falles.